Jetzt kommt der tägliche Blog von heute, vom Sonntag, den 19. März 2023. Täglicher Blog 28, Tag 28. Hallo zusammen. Heute gibt es leider nicht zu viel zu erzählen. Live ging ich gestern nicht mehr, also kann ich auch zu dem Thema von gestern nichts Neues sagen. Allerdings habe ich noch einige interessante Infos, Info, doch mal. Allerdings habe ich noch einige interessante Info, gestern noch zu verschiedenen Punkten bezüglich der Spendenaktion. Okay, und welche Infos hast du? Das steht hier irgendwie nirgends. Vielleicht sollte man das mal erwähnen. Das aber mal nur so am Rande. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Ich habe ein schönes Wochenende hinter mir. Morgen geht es also wieder mit neuer Kraft in die Welt. Okay. Wozu braucht der jetzt ein Wochenende zum Erholen? Naja. Dann muss ich schauen, wie ich mit meinen Ideen weiter vorankomme. Okay, er hat Ideen. Und welche? Womit willst du Fragen kommen? Mit... Keine Ahnung. Ich habe wieder angefangen zu schreiben. Oh mein Gott, bitte nicht. Wieder irgendwelche Schmuddel-Sachen oder was. Das mit der Website ist etwas, das aktuell in der Schwebe hängt. Aber auch darum kümmere ich mich. Ja gut, da bräuchte man nur WordPress oder was ähnliches drauf zu spielen und schon hättest du eine eigene Webseite. Also wo ist das Problem? Sonst hoffe ich, ihr hatten ein geiles, schönes Wochenende und wünsche euch morgen schon mal einen guten Start in die Woche. Euer Drache. Okay, Herr Winkler, ob Sie das jetzt geschrieben haben oder nicht? Oder Pitscheks Hund pfeift? Interessiert doch eigentlich keinen. Aber gut. Ihr habt da jetzt erstmal den Blog von heute. Viel Spaß damit. Bis danne dann. Tschü!